Let's play some games, weil Zocken geil ist. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Eine Woche mit Deadlight. Ich bin der Kuso von Let's Play Some Games und ich wünsche euch viel Spaß. So, raus aus dem Rattenkäfig. Äh, ich will meine Waffen wieder haben. Was ist das da rum? Kann ich das haben? Ich will das haben, hallo. Hm. Wieso komm ich denn da nicht ran? Hm, wenn du... Ach, ich kann oben, da scheint Licht durch. Wenn eine Welt stirbt, eine andere wird das Ort, wo das Leben wieder zurückkommt. Äh, brauch ich nicht. Zu viele Bücher in deinem Kopf können dich verrückt, du weißt, den alten Mann. Das ist natürlich nicht. Aaaaah. Äh. Das wird natürlich nicht so viel, ne. How long has it been since you looked outside mr. Wayne to make order out of chaos So I must tell you if that's what they do chaos is winning by a mile Genau Das sind das folgt alter man I'm not gonna understand slow I stop you miss me down here life will begin below the circles of hell Die Labyrinthin wird das Paradies wieder zurückgezogen. Aber das wird das Zukunftsfug. Ja, bitte schickt das wieder runter. Ja, das ist wohl wahr. Ich frage mich, ob ich auch hier irgendwelche Turtles finde. Ich frage mich. mal so nicht stimmen so nicht so nicht gehen Sie dahinter was? ja ding nie eine flitsche eine flitsche das ding runter fällt nein tut es nicht gut aber ordentlich ist er zack und auf hoppale ja ganz toll jetzt bin ich wieder unten so nicht am bandskasten hier ist es mir allerdings ein reiziger muss ich sagen knack 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 ein schalter ich muss mir helfen du musst mich an warte warte ich werde dir helfen auf dem Weg durch mein persönlicher Hilfe ich werde dir helfen wie ich werde dir ich werde dir es ich werde dir es ich werde dir ich werde dir ich werde dir Ich bin wieder draußen. Ach. Ähm, weiß ich noch nicht. Mal gucken, ne? BOMBS AWAY! Blubber, 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 blubber. Nein, nee, nicht da lang. Da lang. Na, natürlich, ne Wasserleiche. Diese Schrauben sehen, wie sie sich beschützen können, um gegen die Todes und die Leben zu verhindern. Ähm. Äh, 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 äh. Äh. Äh, äh, äh. Und sehen, wie das funktioniert. Oh, palle. Ein Geheimnis gefunden. War zwar nicht geplant, aber... Hey, irgendwas müssen wir machen. Nein! Okay, da geht's nicht runter. Hm, ach so, naja. Das hat zu drücken. Sollte man schon machen, ja. Hm. Hm. Die Frage ist eher, wie komm ich denn jetzt hier weg? Ach so. Ich komm da hoch. So. Einmal zurück, bitte. Danke. etwas blockiert die maschine skandalös die Maschine und was über diese Soldaten? Die neue Verordnung? Ich habe dir gesagt, wenn die Zeit verändert, die Leute müssen sich ändern. Wir alle machen Entscheidungen, Herr Wain. In Chaos, einige wählen, dass sie sich die besten Seite zeigen. Andere? Die Schmerzen. Du musst aufhörtern. Ich bin über die Sicherheit von meinem Sonnen. Ich bin über die Sicherheit von mir. Safety. Duuude. Ich habe die Nase. Mal kurz kratzen. So, jetzt kommen wir weiter. Und was über diese Soldaten? Die neue Verordnung? Ich habe dir gesagt, wenn die Zeit verändern, müssen die Leute verändern. Wir alle machen Entscheidungen, Herr Wain. Mystild Griot. Aaaaah, clever! 9 doofe falle erinnert mich ein bisschen ist ehrlich gesagt an prince of pelsa aber knapp na toll viele wasserleichen haben wir hier unten ich bin beeindruckt das kann ich glaube ich hätte auch den anderen weg werden special weg gewesen ach jetzt weiß ich wie so was hat er noch benutzen und das ist wieder hoch und ich bin natürlich drüber ernsthaft einmal da muss er nur mit den zehenspitzen hat er doch wieder luft so wasser runter sollte funktionieren miese sein gut gucken was wir hier liegen haben ja dazu sage ich jetzt nichts ich atme einfach mal tief durch euch